Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckharder und heute geht es um den Monitoring-Bericht 2020 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt rund um die Energiemärkte, vor allem die Energienetze, aber eben auch den sich darum aufbauenden und verändernden Markt. Der Bericht für 2020 kam jetzt im Januar 2021 raus und betrachtet zu vielen Stellen auch das Berichtsjahr 2019. Aber er wird eben jedes Jahr neu veröffentlicht und hat dann dementsprechend auch jedes Mal wieder aktualisierte Zahlen rund um den Markt, die Netze, die Entwicklung und so weiter und das ist super spannend und zum Beispiel für jemanden wie mich eine der wichtigsten Quellen für alltäglich relevante Informationen rund um die Energiewirtschaft und die Energiewende und wie sich eben alles weiterentwickelt. Das kommt auch daher, dass dieser Bericht, der eben jedes Jahr von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt erstellt wird, auf Grundlage von Informationen der einzelnen Marktteilnehmer entsteht. Das heißt, man wird dann aufgefordert, als Marktteilnehmer teilzunehmen und statistische Informationen und so weiter eben rauszugeben an die Bundesnetzagentur. Das muss man dann auch als Marktteilnehmer machen. Und auf Grundlage dieser Informationssammlungen kann dann eben dieser Bericht jedes Mal entstehen. Und wir überspringen es ja einfach die Kennersagen. Das interessiert gar nicht so sehr. Ich will euch zeigen, wie ihr mit diesem Dokument zum Beispiel umgehen könntet. Ich verlinke euch das ja auch bei der Bundesnetzagentur. Übrigens, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, die Webseiten von BNESA, BSI und Co. haben sich verändert. Die haben irgendwie ihre Content-Management-Systeme umgestellt und deswegen funktionieren ganz viele Links nicht mehr. Wir werden mal versuchen, nach und nach unsere Links in den Videobeschreibungen auch abzudaten. Das heißt aber vor allem auch aktuell funktioniert Google im Regelfall nicht in Verbindung oder auch die anderen Suchmaschinen nicht in Verbindung mit den Seiten der BNESA. Da müsst ihr dann teilweise mit den internen Suchmechanismen der Seiten umgehen und das ist schrecklich. Aber auf jeden Fall nur zur Info, das liegt da nicht an euch, wenn ihr aktuell Sachen nicht finden könnt, die ihr immer finden konntet. Diese Monitoring-Berichte sind dann strukturiert in vor allem erstmal den Elektrizitätsmarkt und dann weiter hinten den Gasmarkt und als römisch drei übergreifende Themen. Wir fangen mal vorne an beim Elektrizitätsmarkt. Ihr habt dann mehrere Teile, die dann mit den Buchstaben benannt sind, Entwicklung auf den Elektrizitätsmärkten, dann konkret die Erzeugung, also Kraftwerksbereiche, die Netze, die Systemdienstleistungen wie Regelenergie und Co., grenzüberschreitender Handel, Großhandel, Einzelhandel, was dann also auch direkt die Belieferung der Versorgung von Kunden ist, Mess- und Zählwesen, Smart Metering zum Beispiel auch dort als Teilbereich. Und schon kommen wir zum nächsten Thema, was dann wieder ähnlich strukturiert ist, Gasmärkte, Aufkommen von Gas, Importe, Förderung und so weiter. Netze, auch hier Regelenergie, auch hier Großhandel, Einzelhandel, Messwesen und dann eben die übergreifenden Themen, wo es einerseits auch nochmal um die Transparenz für den Markt selbst geht und zum Beispiel auch Remit, was in eine ähnliche Richtung geht. Auch da natürlich Berichtswesen rund um eben Markttätigkeiten, Marktkräfte und so weiter, was dann vor allem auch natürlich hier in die Tätigkeitsbereiche des Bundeskartellamts mit reinfällt. Aber wie könnt ihr denn im Alltag mit diesem Dokument zum Beispiel arbeiten? Denn, wie wir auch jetzt hinten sehen können, es sind ja etwa 500 Seiten, also das ist jetzt nicht so mal nebenbei gelesen. Wir haben hier, wie gesagt, am Anfang hat den Bereich Elektrizitätsmarkt und dann kann man hier schon mal übergreifende Bereiche sehen, Entwicklung auf den Märkten. Das heißt, die ersten 50 Seiten, die sind so ein bisschen aktuelles, könnte man sagen, so ein bisschen Zusammenfassung, wie läuft der Markt, wie entwickelt er sich. Das könnte man sich fast so am Stück durchlesen, wenn man echtes Interesse hat, wenigstens überfliegen. Aber diese einzelnen Kapitelchen hier haben auch immer eine sinnvolle Bezeichnung. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel interessiere für die Einbaufälle im Smart Metering. So, welche Pflichteinbaufälle gibt es für intelligente Messsysteme und für moderne Messanrichtungen? Das findet man selbst in der BSI-Marktanalyse nicht komplett, nicht alle Daten dazu. Da findet man nur die Pflichteinbaufälle für intelligente Messsysteme, nicht die anderen Daten. Dann würde ich hier also mal gehen zum Bereich Mess- und Zählwesen. So, und dann, okay, die offensichtlichen Bezeichnungen hier sagen es noch nicht unbedingt, aber jetzt weiß ich selbst, Anforderungen Paragraph 29 MSBG, das ist der Bereich, wo es eben auch darum geht, die Pflichteinbaufälle für intelligente Messsysteme zu beschreiben. Das heißt hier praktisch Römisch 1, Teil H, Kapitel 3, Seite 308 und fortfolgend, wären die richtigen Stellen, wo ich jetzt meine Informationen finde zum Thema Pflichteinbaufälle. Da können wir einfach draufklicken. Jetzt sehen wir sogar noch vorher hier die Gesamtanzahl von Messlokationen nach Bundesländern geteilt, für eben ihr, wie gesagt, das Berichtsjahr 2019, also hier Stichtag 1.12.2019, wo man zum Beispiel die Gesamtanzahl der Messstellen in Deutschland aufgeteilt nach Bundesländern sich anschauen kann, sowohl für die Verbrauchsseite als auch die Einspeiseseite, was interessant sein kann, je nachdem, was man mit Daten eben mal anfangen müsste. Aber wenn wir jetzt weitergehen, auf zum Beispiel jetzt hier Seite 309 hat erstmal noch die Anzahl der zertifizierten Smart Meter Gateway Hersteller und dann haben wir auch schon die Tabelle mit den Pflichteinbauten für die intelligenten Messsysteme, also die Kunden mit mehr als 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch oder mit mehr als 7 Kilowatt Erzeugungsleistung. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir auf der nächsten Seite sogar auch noch die optionalen Einbauten. Das sind dann praktisch alle anderen. Das sind also die Pflichteinbauten für moderne Messeinrichtungen, die kleineren Kunden unter 6.000 Kilowattstunden und unter 7 Kilowatt Erzeugungskapazität. Und das ist natürlich schon mal super spannend, denn jetzt kann man hier an diesen Zahlen sehen, wie viele Messstellen gibt es denn jetzt eigentlich in Deutschland, die nicht in einem Pflichteinbau des eigentlichen Premium Smart Mieters davon betroffen sind. Das sind dann hier diese 21,7 Millionen plus nochmal knapp neun, plus nochmal fünfeinhalb und viereinhalb und nochmal hier 621.000 Einspeiser, also irgendwas über 40 Millionen optionale Einbaufälle, die also dementsprechend nicht gezwungenermaßen den richtigen Smart Meter bekommen, sondern eben rein optional und dementsprechend aber trotzdem mit modernen Messeinrichtungen ausgestattet werden müssen über die nächsten Jahre, weil ja die alten Zähler grundsätzlich ausgetauscht werden. Das ist eine super Zahl, um ein Gefühl für den gesamten Markt in Deutschland zu bekommen. Wenn man das irgendwie einschätzen muss in seinen Job, irgendeine Sache ausarbeiten soll für den Geschäftsführer, seine Stadtwerke zum Beispiel, dann kann man hier immer anfangen. Das sind immer die richtigen Ausgangspunkte im Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur. Da findet man super Informationen. Ja zum Beispiel hier, die optionalen Einbaufälle mit intelligentem Messsystem. Heißt ja, hier hat jemand sich freiwillig ein intelligentes Messsystem einbauen lassen, praktisch mit eigenem Willen. Und das sind dann natürlich Kunden, die, sagen wir mal, Early Adopter waren. Und das ist natürlich spannend zu wissen, dass Ende 2019 hier schon mal, naja so 450 vielleicht etwa, Kunden freiwillig sich so ein intelligentes Messsystem haben einbauen lassen, bevor ja auch der richtige Smart Meter Rollout im Februar 2020 begonnen hat. Das waren also die ersten Geräte, die schon zertifiziert waren und dementsprechend auch schon erlaubt eingebaut werden können. In der Seite davor mit den Pflichteinbaufällen, wo dann die großen Kunden dabei sind, sieht man ja auch, hier sind dann schon ein paar hundert intelligentem Messsysteme ausgerollt gewesen, was dann vor allem natürlich die Geräte von PPC waren. Die waren ja schon Anfang 2019 zertifiziert oder im Dezember 2018 schon. Und die Geräte von Sagemcom kamen ja auch im September 2019 danach. Das dürften also diese hier sein. Und dann der Rest hat dementsprechend entweder eine moderne Messanrichtung oder ein anderes Messsystem, was in irgendeiner Form fernsteuerbar ist oder steuerbar ist. Und hier die Gesamtanzahl, die da noch mit dahinter steckt. Dann sehen wir eben auch, die Pflichteinbauten für intelligente Messsysteme sind halt ein paar Millionen Verbrauchseinrichtungen. Und das ist natürlich auch gut für eben so eine Einschätzung. Wollen wir als wettbewerblicher Messsteinbetreiber auftreten? Wollen wir es bundesweit machen? Was ist denn die Kundenanzahl, die wir erreichen könnten? Und so kann man sich das natürlich ein bisschen ausarbeiten und sagen, ja, ich habe ja zumindest die richtige Zahlengrundlage, auf der ich jetzt meine Berechnungen, meine Arbeiten ausrichten kann. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Das war ja jetzt, sagen wir mal, das Thema Messwesen. Wenn uns stattdessen im Besonderen interessiert, meinetwegen Stromsperrungen, Stromsperren. So, dann haben wir hier zwar im Überblick im Bereich A schon das Thema Stromsperren. Das ist aber nur eine Seite. Das heißt, das ist nur die Zusammenfassung. Stattdessen müssen wir wahrscheinlich in den Einzelhandel schauen, weil das dann die Haushaltskunden sind. Lieferantenwechsel sieht schon mal gut aus. Stromsperrungen, genau, hier. Teil G, Kapitel 3, Seite 261, Stromsperrungen und so weiter. So, da kann man hier mal reingucken, was dort steht. Im Regelfall findet man hier auch Grafiken. Genau, auf sowas habe ich jetzt gehofft, damit wir nicht den Fließtext uns anschauen müssen, sondern hier ist es unterteilt, auch nochmal nach Jahren, 2016 bis 2019, wie viele Sperrandrohungen gab es. Und das waren halt tatsächlich 4,7 Millionen Sperrandrohungen, wo also schon die mindestens zweite Mahnstufe dann überschritten war. Und man gesagt hat, lieber Kunde, zahl jetzt mal schnell, sonst wirst du hier demnächst gesperrt. Dann gab es 910.000 Sperrbeauftragungen, wo also auch dann noch keine Zahlung kam. Und der Versorger jetzt dem Netzbetreiber gesagt hat, lieber Netzbetreiber, bitte sperre tatsächlich den Kunden. Sperrbeauftragung heißt, jetzt kann immer noch der Kunde ganz schnell zahlen. Das heißt dann nämlich die echte Anzahl von Sperrungen war hier bei 235.000 Kunden in der Grundversorgung, die also beim örtlichen, regionalen oder kommunalen Versorger waren. Und nochmal fast 70.000 weitere, die von irgendeinem Versorger beliefert wurden sind und auch da nicht gezahlt haben. Normalerweise gibt es in dem Bereich halt dann einfach eine Kündigung. Dann werden die Kunden rausgeschmissen und landen in der Ersatzversorgung beim Grundversorger. Aber anscheinend gibt es auch einige bundesweite Lieferanten, die auch direkt eine Sperrung bei den Netzbetreiber beauftragen. Das ist natürlich ganz spannend. Und wir sehen eben hier tatsächlich, dass die Gesamtanzahl schwankt, je nachdem aber gefühlt dann im letzten Jahr oder 2019 als Berichtsjahr die Zahlen ein bisschen zurückgegangen sind im Vergleich zu davor. Was nicht unbedingt am Strompreis liegen kann, weil der ist nicht gesunken, aber dann wahrscheinlich war es einfacher zu bezahlen. Entweder weil die Leute dann doch nochmal den Euro mehr in der Tasche hatten oder weil vielleicht auch mal ein paar mehr modernere Zahlungsmöglichkeiten angewendet worden sind. Das kann man vielleicht auch hier noch irgendwo finden, woran es lag. Womöglich auch hier einfach im Fließtext. Das müssen wir jetzt aber nicht unbedingt machen. Hier haben wir nochmal Sperrungen nach Bundesland unterschieden. Das ist natürlich auch super interessant, wenn man das unterteilen will und so ein bisschen auch mit demografischen und ähnlichen Hintergründen noch verteilen, vergleichen möchte. Ja, hier gibt es echt noch ein paar andere Infos zu Tarifen und gebündelten Tarifen und Produkte und so weiter. Also da kann man sich echt wahrscheinlich Sachen raussuchen, die ganz hilfreich wären, wenn man sich eben noch weiter interessiert für so das eine oder andere. Jetzt haben wir hier natürlich auch weitere Infos zum Kraftwerksbestand in der Erzeugung. Das ist natürlich dann super als Grundlage auch zum Zustand der erneuerbaren Energieanlagen. Die Netze sind ja ein zentraler Bestandteil der Tätigkeiten der Bundesnetzagentur. Also auch hier weitere Infos zum Netzausbau zum Beispiel, was ja auch immer wichtig ist. Welche Investitionen werden da getätigt? Was wiederum dann die Grundlage dafür ist, dass Netzentgelte entstehen und jedes Jahr diese Gebühren auch erhöht oder verändert werden. Je nachdem Versorgungsstörungen ist natürlich auch nochmal interessant in Hinsicht einerseits Stromausfälle, aber auch in Hinsicht Redispatch. Also auch hier finden wir wieder interessante Infos. Das ist natürlich super spannend. Regelenergie, klar, kann man sich alles im Detail anschauen, wenn einen das eben hier im Besonderen interessiert. Tarife, die hier angeführt werden, Preisniveau ist natürlich theoretisch auch interessant, um sich anzuschauen, wie sind jetzt verschiedene Kundengruppen, Nicht-Hausweiskunden, aber auch die Haushaltskunden betroffen, etc. Je nachdem, was einen interessiert, sind also diese Berichte hier von der Bundesnetzagentur super spannend. Nicht nur wegen den 500 Seiten Fließtext, sondern weil da natürlich auch jede Menge Grafiken drin sind, die dann ja im Regelfall auch direkt von der Bundesnetzagentur erstellt worden sind und dann auch mal für die ein oder andere eigene Ausarbeitung verwendet werden können oder zumindest diese Daten für eigene Grafiken dann wiederum natürlich verwendet werden können. Diesen Bericht findet man, wie gesagt, auf der Webseite der Bundesnetzagentur. Kann man sich einfach runterladen und dann muss man sich am besten mit der Kapitelsstruktur oder mit der Suchfunktion durch diese 500 Seiten mal durchkämpfen. Ist insoweit ein, wie immer, spannendes Dokument, was wirklich eine gute Grundlage ist, um einfach mal loszulegen und sich mit Themen weiter auseinanderzusetzen. Ich speichere mir diesen Bericht auch tatsächlich einfach immer ganz nah, irgendwo in einem Ort, in dem ich regelmäßig bin, ab, um da mal reinzuschauen, wenn ich mir eine Frage stelle oder irgendwas recherchieren möchte. Da finde ich bei der BNSA ja im Regelfall die richtige Datenquelle. Soweit zu diesen Monitoring-Berichten, die also, wie gesagt, jedes Jahr rauskommen. Jetzt Januar 2021, Ende Januar, kam die neueste Variante, der Bericht für 2020. Habt ihr Fragen dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, schaut auf unsere Webseiten mal vorbei, energiewirtschafteinfach.de, da haben wir unsere Seminarangebote. Online-Seminare machen wir ja auch. Oder eneinf.de, da haben wir unsere Online-Kurse und unsere E-Books. Bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschafteinfach, der Online-Akademie für die NG-Branche. Mein Name ist Carsten Eckert.